Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halo Sandmaster Chief Collection mit mir der Pierre und wir What the fuck Was ist das für eine Mucke Egal wir Wir beschützen jetzt hier den Phantom Ob wir sind Banschies Die unseren geilen Phantom Stress machen wollen Junge ich werde abgeschossen Zahm alter Boom Jetzt wird ein bisschen nach oben fliegen und ein bisschen besser ran Zack Zack Geil Alter Kann Tricks mit der Banshee machen Ui Wir müssen jetzt die Phantom hier beschützen vor bösen Banshees Was ist das für eine Muske alter ihr wiacb es war doch früher nicht so Natürlich kann das früher nicht gewesen sein ja wir werden hier auf keinen Fall scheiße bauen Alter Da oben gibt es bisschen Umgeballere Dahin aber auch Zack Fuck Ja und jetzt Fuck Alter Wow Hui Ganz ehrlich Ah Komm schon So eine Banshee hätten wir Oh Gott Und die nächste hätten wir auch Jackpot Bam Man Da müssen die Wichser hier abknatzen Abkn- abknatzen Abknallen man Oh what the fuck Muss ich Muss mir eine neue Banshee holen Alter Hui Hui So 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 Ganz untersucht dass wir das alles von hier oben überblicken können Aber hier sind sicher mal zwei Banshees Oh Das war Ein bisschen suboptimal geschossen Vielleicht trifft der ja Oh Oh Fuck you Alter Ganz ehrlich Ja wie die einfach ausweich die bitch Wo ist die Da ist sie Oh da geht's George Luke Mann Mann Ich heißt Banshee Alter Hier kommt jetzt kurz ab Bam Bastard Aber aussteigen So Miauuu Fliegen Hab doch da oben eigentlich alles vernichtet Warum ist denn denn immer noch was Hier lang gebieter ich sehe noch eine Kettverstellung Wo Ah hier Komm Komm Alter Abkratzen hier Erstmal alles wegficken bevor es sich verbreitet Bam Geschirrz wegficken Oh What the Aua Ganz ehrlich das war ziemlich knapp gerade Na Ich lass doch nicht mal ein Schwert hier liegen Na Ich lass doch nicht mal ein Schwert hier liegen Ja Das wusste ich das ist passiert Ich hab es geahnt Komm Wtf Wtf Ja Leute Wtf Ok Was war es für mich mit der Mission nicht mit der Folge Wtf Da gehört Ja Hab ich gesagt Ja Das hab ich Mann Der gebieter Ah Was ist los? Dieser Geschenk, den kenne ich irgendwie. Hm. Ich habe keine Ahnung, was der meint. Oh, nö. Ich dachte, die wären tot. Ganz ehrlich, ich dachte es wirklich. Ja. Scheiße. Äh... Ich brauche noch eine Waffe. Oh, noch eine Waffe. Warte jetzt. Äh... Ach du Scheiße. Warum geb ich da mich schießen? Warum geb ich da mich schießen? Keine Muni. Hier bin ich. Zeig dein Bestes. Ja. Was haben Sie gefahren? Zeig der Prophet. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komm nicht nach. Alter. Die Fick platzt. Ohne Spaß. Ich hab dich schon in Halo 1 gehasst. Und ich hasse sie immer noch. Ohne Spaß, Alter. Mami. Ganz ehrlich. Ich hab ein bisschen, äh... Äh... Ähm... Angst. Mal... Milde ausgedrückt. Es lässt, es lässt ja wenigstens Waffen da, so ist es ja nicht. Wenigstens gehen uns die Waffen nicht aus. Naja... Dreht euch. Spalt euch im Auge, ich heiß Flatt. Da oben. Dumm Wichser. Denk könnte ich an mich, könnte ich an mich, an mich ranschleichen. So wie hässige Hurennicker. Nein, 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 meine Frage. What the fuck? Mal runter. Ja! Ja, alles muss man nur noch draufrotzen, gell? Irgendwoher, wenn die wiederkommen. Wie nach unten. Wieso gehen wir nach unten? Wieso gehen wir nach unten? Nichtwürdiger, du kannst genauso gut aufgeben. Säußer! 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 Alter, oh, war das knapp. Da hätt ich Bayernabgang gemacht. Nix da. Und warten? Um uns dann wegzusnaggeln? Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet, meine Freunde. Und dann Maul! Hast du keine Auge im Kopf? Dein Hundi hat keine Auge im Kopf. Dein Hundi hat keine Auge im Kopf. Und zwar weil die der Flatt eine rausgerissen hat. Alle. Du Hurensohn. Boah, ich will ja nicht am Ziel sein. Das ist behindert. Jetzt. Flatt! Barm, Alter! Nein. Dumm, Hurenwächter! Da! Man muss sagen... Die, äh... Wächter sind bei weitem... Bei weitem nicht so stark wie... die Wächter. Sub ist. Das ist ein Scherz, oder? Wächter. Wächter! Da tu ich jetzt, Gewitter. Wettle lewig auf jeden Fall. Bamm! Jetzt kratz ab, du Spastchens! Alter! So, jetzt sind wir jetzt echt an dem Ziel, oder so. Wie lange wirst du dich denn noch verstehen? Mann, das kratzt ab! Mann! Puh! He, 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 he! Huiiii! Diese Geräusche, die da immer kommen, die machen mir, ähm... minimal Angst. Alter! Nein, 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 nein! Alter! Äh... Ich habe... Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich bin... Keine Ahnung. Ich stehe hier rum, und, äh... Oh, ja, 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 ja! Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter! What the f... What the f... Ja, und dann sind wir schon mit dem Teil durch. Und zwar in dieser Folge, so wird es auch durch. Äh, okay, die nehmen wir noch mit. Und dann war's das. Ja, komm! Ja, komm! Damit haben sie sich eine Fragsemausoleum verdient. Und wenn ihr den Punkt von meinem geilen Eliten, äh... Wenn ihr... Wenn ihr wüsstet, was wir nachts heimlich machen. Arrrr! Er steht darauf. Behasen sie sich, wurde aber auch frei! So! Das war's auf jeden Fall bei der Folge. Haut rein bis zum nächsten Mal! Tschüss! Oh, ich weiß jetzt aus. Witz web in